Die königlichen Errungenschaften und dem Merkantilismus. Eine neue Formus hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Was für eine gute Meldung hier. In Nottingham. Die Menschen sind jetzt Schotten geworden vom Herzen her, wenn auch nicht vom Blut her. Haben alle den schottischen Pass jetzt. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Was haben wir gebaut? Die Kerzenmacher. Jetzt haben wir endlich Kerzen. Oh Gott, und die Kerzen brauchten wir im Südwesten für... Hier unten, ne? In Exeter für irgendeine andere Geschichte. Unsere Kultur verbreitet sich schnell, Majestät. Die brauchten wir für irgendwas mit der Kirche hier, ne? Bibliotheken. Kerzen sind da, es gibt mehr Bücher für uns. Wird einmal gebaut, bitte, Herr. Sehr schön. Unsere Kultur verbreitet sich in Newcastle. Erfolgen jetzt unseren Traditionen, unsere Etikette. Sprechen, sprechen Gälisch. Hat alles dank des Kardinals so gut geklappt. Sehr schön. Alles klar. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Auf Seiten der Heiden gegen die... Die lieben uns sowieso die Heiden. Mehr als tausend geht nicht, dann kann man auch mal ablehnen. Nein, ich bin nicht käuflich. Das sind Christen, es tut mir leid. In Köln ist jetzt ein Handelszentrum. Bei uns ist, glaube ich, immer noch kein. Schaut euch das mal an. Wir haben immer noch kein Handelszentrum in unseren Reihen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Das ist, ach Gott, ein riesiges Handelszentrum hier. Und das wird komplett bewirtschaftet von Angers aus, hier im Süden. Wir hatten schon mehrere Handelszentren erobert. Die flippten dann wieder woanders hin. Und hier ist ein kleines Handelszentrum. Wir müssten, also ich glaube, wenn wir Inverness komplett ausgebaut bekommen, oder... Das müssten wir doch hinbekommen. Irgendwann mal. So, ich glaube, hier oben können wir gleich zuschlagen, in Inverness, oder? Wir brauchen in Inverness die Verbesserung der Kaufmannsgilde. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Majestät. Die Eisenschmelze wurde erbaut in Warwick. Die Goldschmelze, okay. Die lässt sich auch nicht weiter ausbauen. Alles okay. Wir können wir hier auch gar nicht machen. Jetzt steht uns Gold zur Verfügung. Noch mehr Geld für uns. Noch mehr Waren hier. Wir warten noch, bis die Brauereien fertig sind. Dann haben wir das Bier. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Galizien ist vorbei. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Cardiff ist schottisch geworden. Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Oh, die Menschen in Exeter, im Süden, da wo unser Kleriker als Stadthalter persönlich unterwegs ist. Der Provinz mit unseren vielen schottischen Klöstern. Sind die Menschen jetzt der Ansicht, dass wir Schotten, unser Kardinal, dass die uns so viel zu verdanken haben, dass sie die Traditionen und Werte Schottlands wertschätzen. So muss es sein. Danke, Kardinal Lorenz. Danke dir. Zauberhaft. Dann könnten wir langsam hier, wir haben so viel Geld, vielleicht noch ein weiteres Gebäude hier hinsetzen. Die Kathedrale bauen für ihn. Das gibt mehr von den Kreuzen, die wir nicht brauchen. Die Kirche, die noch weiter ausbauen, Bibliothek läuft. Das müssen wir erstmal durchlaufen lassen. Ob wir nicht da einen männlichen Nachkommen brauchen? Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Ja, und wir haben noch einen Verwandten, ein erwachsener Baron. Es sieht doof aus, wir haben Leute Daumen drücken. Ich glaube nicht, dass er mit der Königin Konstantin, ja, noch jemand zur Welt setzt. Die Prinzessin Murial hat leider keine Schnitte. Die müsste sich schon als Junge verkleiden, damit das hier irgendwie klappt. Und mittlerweile weiß man, sie ist ja keiner. Sie lernt nur zu stickern und nicht zu kämpfen und zu morden. Oh Leute, das wird unser kommender König sein. Der Baron Tom Kaufmann aus Schottland. Ja, ist halt so. Ob wir unseren Bruder vermählen können? Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen. Das ist eine gute Idee. Kumanien wird unseren König von nun an als Mann betrachten, der die Macht hat, sich selbst zum Weltherrscher zu erklären. Das ist ja total spannend. Denn das ist die erste Macht, die uns soweit anerkennt. Das sind die derzeitigen Großmächte. Nein, wir Schottland stehen an der Spitze der Nahrungskette. Wir haben so viele Punkte angehäuft. Durch unsere entschlossene, kämpfere, friedliche Spielweise. Das ist ja sehr cool. Wir haben die meisten Siegpunkte von allen hier. Wir Schatten. So, machen wir weiter hier. Ich bin begeistert hier. So, was brauchen wir noch? Loyalität der Bewohner in York hat sich geändert. Sehr schön. Wann ist das Bier endlich da? Das braucht noch etwas. Ach so, den Bruder von Mehl. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen. Wie das in dir fragt nach, ob wir Verbesserung der Bibliotheken abgeschlossen. Das machen wir mal zuerst. Das war ein Armag. Also hier oben, da gibt es auch einen Gouverneur. Das war auch in der Kirche, ne? Genau. Und jetzt haben wir hier noch eine Sache frei. Sind die Häfen komplett ausgebaut? Ja. Alles komplett ausgebaut, ne? Die Behausung sind da und nicht ausgebaut. Müssen wir die ausbauen? Aquädukte, mehr Bevölkerungswachstum, mehr Zufriedenheit. Also wenn wir das Waren freischalten, würde gerne, sonst nicht. Die Herrenburgen sind da. Gibt es hier Burgen? Keine. Die weiter ausbauen würden? Oh, wir können Waren produzieren. Hier Kanonen, da verbräuchten wir Schießpulver. Da sind wir weit von entfernt. Das hilft uns gar nicht. Das würde ich alles, das ist, das geht eher in die Rubrik, ich verzettel mich. Dann checken wir das einmal hier unten. Alle, ob wir hier noch irgendwas machen können. Irgendeine weitere Ware uns holen. Sieht nicht danach aus. Dann checken wir das in Kork. Piratenhafen, haben wir immer noch nicht gebaut. Gibt diverse Verbesserungen wie Sklavenmärkte. Oh Gott. Gefängnistürme. Spelunken. Um den zu bauen, brauchen wir einfach nur einen Slot. Nein, das mache ich nicht. Ich klicke aus Versehen hier auf Stadt erweitern. Ich mache das nicht mit Absicht. Auch nicht, ich würde sowas auch niemals nur deshalb machen, damit ich weiß, wie das funktioniert. Das gehört sich nicht. Sowas macht man nicht. Einfach auf irgendeine Sache draufklicken, weil man wissen will, wie ist das hier. Purvinstabilität geht runter. Ich mache das nicht. Ich würde das nie und immer bauen. Ich gucke gar nicht hin. Ich zeige euch, ich baue das nicht. Ich baue sowas nicht. Das gehört sich nicht. Wird nicht gemacht. Sowas mache ich nicht. Nein, nein. Wir wollten unseren Bruder vermählen. Königreich zerstört. Schwaben. Tirol hat schon Bayern vernichtet. Jetzt auch noch die Schwaben. Unser Königreich sei das stabilste weltweit. Die Leute lieben König Eumund einfach und befolgen jeden seiner Befehle. Ja, lüg mich an, dass ich der Größte bin. Ja, du bist der Größte. Jeder Befehl wird befolgt hier. Sehr cool. Wunderbar. Leider ist das schon sehr alt. Bald müssen wir ihn ersetzen. Das ist doof hier. So, war ich stehen geblieben. Beim größten Wahn. Wir haben wieder sehr viele Bücher, mit denen wir schöne Sachen anrichten können. Mein Name ist ganze Gott. Sag mal, sollen wir ihm mal Navigation 3. Geben? Hat er schon, ne? Hat er schon. Mehr geht nicht. Er hat auch schon Handel 3. Dadurch gibt es noch mehr Geld. Ah, wenn er auf Stufe 3 kommt, bei der Verwaltung gibt es mehr Handelskapazität. Wir brauchen nämlich demnächst mal Handelskapazität. Wir haben jetzt schon ein Defizit. Jetzt sollen wir ihm das mal hier geben. 500 Bücher, 200 Gold. Und wenn er auf Stufe 3 kommt, gibt es 5 mehr an Handel und vorher mehr Geld. Was wird uns denn mehr an Handel anbrechen? Morgen werden wir reicher sein. Wir gucken gleich, was wir den Bruder vermählen. Kleinen Moment. So, was kann man dem Kaufmann geben? Handel 1 mit 200 Büchern. Ach, der hatte keine Dörfer da, wo der ist. Wo ist der denn? In Edinburgh. Ach, den hatten wir wegen des Getreides dahin geschickt. Weil es hier so viel Getreide gibt. 36 Getreide. Können wir denn für noch mehr Getreide sorgen? Lebensmittel machen. Gebäck. Wir wollten für Gebäck sorgen. Bäckerei bauen. Gebäck. Ach, die Brauereien sind noch im Baum. Immer noch nicht fertig. Sind die Brauereien denn endlich da? Immer noch nicht. Wo winken die Profite? Wie könnten wir ihn noch gescheit verbessern? Logistik. 200 Gold, 500. Für mehr Handelskapazität. Dann würde er bekommen 4 Handelskapazität mehr. Dann ernten wir uns langsam der Grenze oben. Machen wir mal. Da kommt mir glatt eine Idee. Das nächste dauert noch etwas. So. Und dann wollten wir schauen, ob wir unseren König verheiraten können. Euer weißer Herrscher und seine Anverwandten. Können wir den Bruder vermählen? Ich glaube, das geht nicht. Kann man einen Bruder verheiraten? Ich glaube, man kann nur den König verheiraten, oder? Ich glaube, man kann auch nicht den König mit dem Bruder verheiraten. Also bevor es irgendjemand auf diese Idee kommt hier. Also mir wäre das neu, dass man einen Bruder verheiraten kann. Wir können gerne mal schauen gehen, ob wir irgendwo... Politische Übersicht. Ob es irgendwo im Bereich Ehe. In der Legende. Das ist die Ehenübersicht. Nicht unverheiratete volljährige Prinzessin sind leider in Mädchen rosa. Bitte fragt nicht nach. In Wollhünien. Audienz. Anbieten. Königliche Vermählung. Aber wir könnten unsere Prinzessin weggeben. Nee, danke. Also umgekehrt, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Man kann nur den König selber vermählen. Und das wollen wir gerade nicht. Der ist ja in kurzer Zeit König. Und dann kann man das immer noch machen. Mit Wollhünien zum Beispiel. Naja, das geht nicht. Gleich sind die Brauereien endlich da. Neuer König herrscht über Wollhünien. Nicht Angriffspakt. Oh Gott, wenn wir den erneuern, dann hassen uns die anderen Leute da seine Nachbarn schon wieder, ne? Wie war das nochmal? Wollhünien war... Hier vorne. Feinde. Das kann uns egal sein. Bedrohungen. Deutsche. Bla, bla, bla. Ungarn, Schweden. Die Ungarn und die Schweden, die motzen uns dann doof an. Ach komm, wir machen es trotzdem. Das ist ein guter Handelspartner hier. Jetzt schimpfen die mal wieder über uns. Die Ungarn sind sauer, die Deutschen sind sauer, die Schweden. Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Endlich sind die Brauereien da, Leute. Endlich. Zurück und jetzt, Leute. Ganz großer Schritt voran. Rauf nach Inverness. In unsere schottische Hauptstadt. Und wenn mich nicht alles... Wenn ich nicht irgendwie einen dicken, großen Fehler mache, dann können wir endlich in der Kaufmannsgilde die Messen bauen. Wir sind Christen oder Heiden, wir haben Bier, wir haben Würste, wir bauen jetzt die Messen als Verbesserung. Wenn die fertig sind, haben wir die wahre Händler und damit eine neue, große Errungenschaft geholt. Ja, es läuft. Mann, da hat das lang gedauert hier. Endlich. Unsere Errungenschaften und Waren... Dann haben wir den Merkantilismus freigeschaltet. Wir haben den Überfluss auch freigeschaltet mittlerweile. Einer unserer Ritter wurde gefangen genommen. Wir haben das Mauerhandwerk. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verschlechtert. Den Merkantilismus und den Überfluss. Mehr Königreichzufriedenheit. Nein, dann haben wir nicht. Hier fehlen nur noch die medizinischen Mittel. Das gucken wir uns gleich mal an. Gerade kam eine Horrornachricht rein. Irgendwas in Wollhünien ist schiefgegangen. Was? Unser Kaufmann in Wollhünien wurde eingesperrt. Der Grund hinter diesem plötzlichen Verrat. Vermutlich ein ausländischer Spion und seine Intrigen, Leute. Ja, jetzt können wir ihn entweder für teures Geld freikaufen. Oder wir sagen... Naja... So tolle Eigenschaften hatte er nun auch wieder nicht. Sendet einen Spion zu meiner Rettung. Wir haben keinen Spion. Dann müssten wir extra einen Spion machen. Oder wir können mal... Wenn wir ihn aufgeben, dann wird das die Meinung unseres Adels oder und so weiter. Komm Leute, ich würde sagen... Der war halt unvorsichtig. Wir rekrutieren einen. Der war sowieso kein cooler Händler. Der hatte sowieso keine Top-Talente hier. Der Händler neben dem König ist das der Baron. Ja, der hier. Was, wie, wo? Bei Überfluss fehlt eine Sache, genau. Also der wurde... Wir geben den auf. Es wird zu Problemen führen. Es kann sogar sein, dass die Kronenautorität eins runtersackt. Aber die... Dann richten wir einfach einen Rebellen hin. Und dann ist die Kronenautorität wieder oben. Wir könnten ihn frei... Wir könnten mal bei Wallinien nachfragen. Wir haben ja gute Kontakte mit denen. Es kann sein, dass wir einen Diplomaten hinschicken müssen. Aber ich versuche es mal so. An der Audienz mit den Wollhünen, bitte. Das geht hier nicht. Gefangene freilassen. Wir fragen mal höflich nach. Das sei der König, heißt es im Chat. Nein, das ist nicht der... Ist das der König? Gefangene bitte freilassen. Ein Mitglied unseres Hofs wurde freigelassen. Ja, wir lassen eure Gefangenen gehen. Wallinien ist ein zivilisiertes Königreich. Leute, im Ernst war das der... War das wirklich der Bruder des Königs? Euer weiser Herrscher und seine Anverwaltten. Nein, das war ein anderer. Der sah nur so aus. Der Brunton ist... Den haben wir gar nicht eingesetzt. Der ist gar nicht bei den Rittern dabei. Der ist nicht im Amt und Kaufmann aus Schottland. Ach, der ist Kaufmann, aber der ist nicht eingesetzt. Ach, den hätten wir hier oben einsetzen können. Den hätten wir gratis eben bekommen können. Oder der war dann auch ein Kind, das weiß ich nicht. Also den könnten jederzeit als König, als Kaufmann annennen, aber im Augenblick ist er nicht oben drin. Ja? Puh, das war knapp. Und wieder zurück. Und wieder nach links rauf. Piratenhafen läuft, Messen laufen. Und jetzt checken wir mal nach dem Schreck. Mal ganz kurz, wie es hier oben weitergeht mit denen. Mit unserer nächsten großen Aufgabe. Die königlichen Errungenschaften, Hoheit. Mit dem Überfluss und mit den medizinischen Mitteln. Dann müssen wir diesen Bonus hier freischalten. Alle Leute sind zufriedener. Und es gibt mehr Bevölkerungswachstum, weil wenn man sich glücklich fühlt und sicher und alles im Überfluss hat, setzt man eher kleine Kinder in die Welt. Wir brauchen dafür, für die medizinischen Mittel, in Apotheken werden die produziert. In Den Haag sei es möglich. Okay, schauen wir uns einmal an. Bin ich mal sehr gespannt. Weinanbau. Destillerien. Destillerien. Ich muss noch mal kurz gucken gehen. In Apotheken. Wo gibt es denn Apotheken? Apotheken gibt es in... Legat der Krone, du bist mein Schatz. Danke. Riesen Dank dafür. Zu so später Stunde. Ja, danke dir. 10 Abos verschenkt. 10 Abos verschenkt an Maverick, an Sven Hardy, an Ars Levial, an Heiko, an Fuzzix, an Kev Young, an Rujin, an Earl Tom, an Luke Pock und an Garzul. Lieben Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Tolle Geste hier. So spät. Wo wir schon so lange hier unterwegs sind. In den Kathedralen heißt das. Ja, die können wir noch gar nicht bauen. Da müssen wir einen Gebäudeplatz hier freischalten. Warum geht das denn nur hier vor Ort? Warum soll das denn nur hier gehen? Das stimmt doch nicht. Die können wir auch woanders bauen. Die Bahn, wie können wir hier vorne bauen? In Exeter. Hier können wir noch einen Platz freischalten. Der Platz kostet auch fast nichts. Eine Kathedrale hier hin. Das sind die medizinischen Mittel und die durch die Apotheken. Das ist die Basisgeschichte. Das können wir sofort machen. Einen Gebäudeplatz freischalten. 2000 Flocken. Wir wollten sowieso hier, weil ein Kardinal hier Stadthalter ist, das hier ausbauen. Eine Kathedrale bitte bauen. Und läuft. Nochmal vielen Dank an den Legate der Krone. Danke dir. Der stirbt, weil der König... Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Wunderbar. Kardinal Lawrence haben wir uns zu verdanken. Wow, Vic. Durch und durch schottisch. Leute, wir haben zu viel Geld. Das geht so nicht gut. Handel ausweiten. Ach, der Handel mit Wollhünien war wieder unterbrochen. Wir müssen wieder neu starten. Handelsbeziehung mit Ungarn erweitern. Das wird sich als profitabel erweisen. Können wir eine neue Aktion zuweisen? Und wieder mit Wollhünien. Es geht nicht. Wir können es nicht starten. Das ist wie jetzt in Handel. Da müssen wir einen Moment noch abwarten. Was die Uni bringt, wird im Chat gefragt. Hier vorne. Haufenweise Bücher. Das wäre das nächste Gebäude, was wir hier bauen könnten. Exeter, eine Uni hin. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, Herr. Piratenhafen ist da. Gucken wir uns einmal den Kork an. Den habe ich doch gar nicht selber in Bau gegeben, oder? Ich hatte doch gesagt, ich baue den nicht. Das wäre irgendwie peinlich. Das wäre sittlich, unanständig. Ich würde das nicht machen. Die haben den selbstständig für sich gebaut. Ich habe damit nichts zu tun. Ihr seid Zeug, er war dabei. Ich habe nicht auf Piratenhafen geklickt. Bitte alle mal kurz im Chat Bescheid geben. Bitte mal kurz bestätigen. Ich habe doch nicht auf Piratenhafen geklickt. Es hat irgendeine barbarische KI selber gebaut hier. Damit habe ich nichts zu tun hier. Ja, danke euch. Wir können den Piratenhafen ausbauen. Also nicht, dass ich es machen würde. Gefängnistürme, mehr Geld, Spelunken, noch mehr Geld, Sklavenmärkte, geringere Baukosten hier, mehr Handel, Voraussetzung der Piratenhafen. Und die Gefängnistürme. Ne, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist mir zu unanständig. Wird nicht gebaut. Piratenhafen bleibt ohne ausgebaut. Läuft bei mir nicht. Würde ich niemals anklicken. Ja, ihr habt es gesehen. Ich habe es nicht angeklickt. Sollte der Bau hier stattfinden. Ich habe damit nichts zu tun hier, Leute. Ich habe damit nichts zu tun hier. Nein, ich habe den nicht angeklickt, Akira. Das stimmt nicht. Ich habe mir gar nichts angeklickt. Oh, Akitanien. Fujikato. Kaufleute lieben uns. Sind schon bei plus 10. Kaufmann war erfolgreich. Ja, Genua. Das ketzerische Genua. Weg damit hier. So. Das geht ja rasant. Winchester jetzt auch. Durch und durch schottisch hier. Da können wir so viele neue Gebäude bauen. Aber wir können keine Waren hier mehr bauen. Kann man die Pferdezucht. Wir können hier eine Verbesserung machen. Das hilft uns. Können wir da irgendeine Ware hier freischalten. Die Schlachtrasse. Dafür brauchen wir Pferdezucht, Hufschmiedesattlereien. Und als Ware wird es dann hier geben. Unsere schwere Kavalerie ist noch stärker. Ja, komm, wir machen das mal. Einmal Hufschmiede bauen. Geld ist ja da. Er lebt immer noch. Die königlichen Errungenschaften. Da wollen wir reden. Medizinische Mittel. Wir waren eben, gucken in Exeter war das, ne? In Exeter läuft gerade ein Ausbau. In der Kathedrale. Nachrichten über Nachrichten kommen rein. Können eine Exhibition starten mit dem hier links. Der hat es aber echt nicht drauf. Wahrscheinlich, dass es klappt fast gar nicht. Machen wir mal nicht. Sagen wir mal auf vergessen. Wie vergesse ich was? Kann ich das mit rechts wegklicken? Nein. Er kann doch. Wir können immer noch keinen Handel treiben. Doch. Ne, plus 5. Wir haben plus 5. Wir brauchen noch 10. Das ist echt eine Pfeife hier. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Von wem? Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Ungarn. Unser treuer Handelspartner, die Ungarn, wollen, dass wir die Lothringer angreifen. Diese Maden. Also echt eine madenfeindliche Bemerkung. Also ich weiß nicht. Also als Madenfreund kann ich nur sagen, das gehört sich nicht. Lothringen. Ich gucke mal. Ich mache es natürlich nicht. Ich bin ja kein Unmensch. Schauen wir mal nach, ob es sich für uns lohnen würde. Die haben sehr viele Freunde. Genua, Frankreich, Savoyen, Champagne, Burgund. Und alle Sender, die uns egal sind. Also Bedrohung werden empfunden. Die Schweden. Die werden uns lieben. Wenn wir Lothringen angreifen. Und unsere norwegischen Freunde auch. Oh la la. Ja, also wenn unsere treuen Freunde, die Ungarn wollen, dass wir das machen. Sie haben Krieg mit den Ungarn, mit den Böhmen und mit den Deutschen. Verbündete die Luxemburger. Die Welt steht euch zur Verfügung. Oh, Lothringen ist sehr groß. Mit anderen Worten. Fette Beute. Tja. Also wenn wir so höflich darum gebeten werden. Es wird sich schon lohnen. In Lothringen anzugreifen. Um uns bei unseren Freunden in Schweden und in Norwegern und bei unserem Bündnispartner in Ungarn einzuschleimen. Gleichzeitig ein bisschen schöne Städte einzunehmen. Zwei unserer stärksten Armeen stehen direkt daneben. Kann man schon mal machen. Aufstände gibt es immer weniger, weil unser Kardinal überall unsere Kultur verbreitet hat. Unser König stirbt demnächst. Aber gehen aber keine Truppen verloren. Er ist ja nur ein Kaufmann. Wir machen Ware nach Ware. Gleich haben wir als nächstes hier oben bei den Errungenschaften. Die kündlichen Errungenschaften. Die Entleger fertig. Dann den Merkantilismus. Wir arbeiten rinnen zum Überfluss. Da brauchen wir nur noch in Exeter die Bücher. Ne, in Exeter die medizinischen Mitteln. Die sind gerade im Bau. Dann gibt es auch da vorne weiter. Also leisten könnten wir es uns, finde ich. Nur die Frage, ob es nicht gehört.